Reise nach Schlesien Diese DVD führt uns auf eine Reise nach Schlesien, genauer gesagt ins Riesengebirge und nach Breslau. Nur wenige Stunden von Berlin entfernt liegt eine der zauberhaftesten Landschaften Europas, Niederschlesien zwischen Oder und Riesengebirge. Malerische Höhenzüge, schroffe Felsen und klare Bäche gehören ebenso dazu wie schöne alte Städte mit bedeutender Vergangenheit. Breslau, die alte Stadt an der Oder, zeigt sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts als moderne, junge europäische Metropole. Die frühere Hauptstadt von Niederschlesien erstrahlt wieder in altem Glanz. Der Film berichtet über das neue Breslau und seine wunderschöne Umgebung. Als Extra bietet die DVD einen Bonusfilm mit wunderschönen historischen Filmaufnahmen aus den 30er und 40er Jahren, die Schlesien zeigen, wie es vor dem Krieg war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020